Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video aus meinem Bastelzimmer. Ich bin Irene Wendland, unabhängige Stampin' Up Demonstratorin. Heute möchte ich dir mal zeigen, was es mit dieser Präzisionsplatte auf sich hat. Sie ist im neuen Winterkatalog zu finden und ich habe schon einige Anrufe bekommen von Kunden, die wissen wollten, lohnt sich der Kauf, wie wende ich es an, was mache ich damit eigentlich? Also diese Präzisionsplatte ist dafür gedacht, dass filigrane Stanzformen, wie diese Ornamente, leichter ausgestanzt werden können. Ach, ich zeige es dir einfach mal. Du nimmst deine Big Shot, deine ganz normale Multi-Plattform und dann, so wie es hier abgebildet ist, die Platte umdrehen, auf die Plattform legen, dann nimmst du deinen Karton. Ich habe jetzt hier silberne Metallfolie genommen, deine Stanzform mit den Schneidekanten nach unten und deine normale Acrylplatte. Nun durchkurbeln. Und du siehst, es ist alles viel besser durchgestanzt, um nicht zu sagen, es ist perfekt durchgestanzt. Du kannst die Form ganz leicht lösen und dann die einzelnen Teile ganz leicht herausdrücken. Das war vorher manchmal ein bisschen schwierig. Ich habe das hier schon einmal vorbereitet, auch mit einer anderen Stanzform habe ich das schon ausprobiert. Von mir eine ganz klare Kaufempfehlung. Daumen hoch. Die Präzisionsklasse lohnt sich wirklich. Die Präzisionsklasse lohnt sich wirklich. Ich habe ihn schon durchgestanzt.